Jawoll, jawoll, ich pace hier durch. Bruder! Was ist denn da? Ey, ich hab natürlich keinen Bock mehr jetzt. Ey, no joke. Ich hab kackt bei der einfachsten Stelle, Bruder. Digga, du weißt, dass deine Abonnenten nicht haten werden für das, was du grad gemacht hast. Leute, Leute, Leute. Wir haben einen richtigen Winner Run, würde ich sagen. Und heute haben wir unseren härtesten Konkurrenten. Unseren Erzfight. Standard Skill! Lama Skill! Herr Lama ist auch mit dabei. Hier we go, was machen wir heute? Bruder, wir machen heute einen 50 einfachen Rainbow Death Run. Und heute geht es mal nicht um V-Bucks. Weißt du, was es heute geht? Nein! Heute geht es um die Ehre und Stolz. Der Verlierer muss den anderen sagen und zugeben. Wenn ich jetzt gewinne, musst du zu mir sagen, Seville, du bist mein Papa. Du bist tausendmal besser als ich in Fortnite Death Run. Und du bist der Allerbeste. Okay. Das muss man sagen. Okay. Hey, Junge, ich glaub's euch, Leute. Er hat hier sich nach vorne geschummelt. Und ich sag euch so, Leute. Heute geht es mal nicht um V-Bucks, aber ich sag... Jawohl, er ist gestorben. Weil ich zu gut war, weil ich zu gut war, bin ich gestorben, Leute. Aber ich sag euch so, das kratzt an unserem Selbstbewusstsein, so eine Sache. Was ist, weil du mich geblockt hast? Einen Scheiß hab ich, Digga. Ich pate's hier durch wie noch was. Ey, das ist der Einfachste. Oh mein Gott. Alter, bist du schlecht. Hat das schon mal jemand gesagt, dass du schlecht bist? Spaß. Du bist gut. Ey, Alter, jetzt ist Schluss. Ich brech dich wirklich ab, Digga. Nein. Ey, das ist der Einfachste, der hab ich schon 20.000 Mal gemacht. Okay, du kannst aufgeben und schon sagen, das, was ich will. Nee. Tja, jetzt hab ich wieder drauf. Jetzt bin ich drin. Jetzt, das war grad wieder nur so... Das hat mal jeder, Digga. Echt? Diesen kurzen Aussetzer. Aha. Ich hab grad mal einen Aussetzer gehabt. Und dafür, wenn ich den restlichen Deathrun keine Aussetzer mehr hab. Weil Standardskill nennt man dich umsonst den. Deathrun König. Ja, ja. Du hast deinen Meister gefunden, einfach. Was? Was? Hallo? Ich war weg gewesen. Ich war weg gewesen und er hat mich... Du warst da auch vor mir. Du warst da auch vor mir gewesen. Ja, und ich bin auch immer vor dir. Jawohl, jawohl. 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 Wuhu. Am Ende. Ey, ich dreh gleich durch. Ey, das ist das einzigste Scheiße. Dingsgranaten. Alles gut bei dir so? Dingsgranaten, Impulsgranaten und Fallentunnel. Funktioniert bei mir. Das war so klar, dass sie überall fallen sind. Das war so klar. Sind die auch fallen? Jawohl, jawohl. Ich pace hier durch. Bruder, ich pace hier durch, Bruder. Spiel leicht nicht mehr. Das ist hier, okay. Du kannst auch schon aufgeben, ne? Bruder, ich war kack hier bei so einer... Ein... Hey, was ist denn da? Ey, ich hab natürlich keinen Bock mehr jetzt. Ey, no joke. Ich war kack bei der einfachsten Stelle, Bruder. Ich muss doch sagen, es tut mir schon ein bisschen leid. Ich mach dich auch nicht fertig so mehr. Weißt du? Ja, jetzt bin ich fertig, Digga. Ich seh's nicht mal ein. Du bist ein guter Erzfeind. Aber langsam hast du, glaub ich, deinen Meister gefunden. Ey, laber doch nicht so scheiße. Jetzt pack mal PS4, wo hier alles am laggen ist. Junge, das ist so ein Geschwätz. Immer mit... Nein. Es laggt hier, es laggt da. Ach, komm, Philipp. Oh Gott. Oh, ich bin so dumm. Ich wusste doch, dass dein Holzklopf kommt. Komm. Zack. 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 Nice. Komm schon, komm schon. Wir müssen den Vorsprung... Nein. Weiter ausbauen. Kannst du damit nicht umgehen, wenn ich rede, oder was? Ach, Mann. Nee, weil du einfach so dummes Zeug redest. Und bei mir ist lag. Und ich, Digga, ich verkack grad die einfachsten Sachen. Ich komm grad auch nicht weiter. Das ist halt das, was mich auch ankotzt. Dann zock doch auf PC. Ey, ich geh drüben, ey. Das sind die einfachsten... Ey, das ist wirklich so einfacher. Der ist noch nicht, schaffst einfach nicht, weil ich zu schlecht bin. Ja, ja. Ist okay. Zack. Nice, nice, nice. Du schaffst okay. Sehr gut. Bam. Movement. Komm schon, ja. Movement. Ja. Sehr gut. Hier geht's runter. Einfacher Fein-Auslöser. Level 20 ist das schon. Super. Super. Danke dafür, Albladi, Digga. Zack. Jawohl. Das sieht gut aus. Okay, jetzt hab ich wieder einen Lauf. Nein. Zu weit. Nein. Zu weit. Nein. Zu weit. Bam, Leute. Jetzt haben wir einen Lauf. Hier, das ist einfach. Durch, die Mitte durch. Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir uns kurz konzentrieren. Bam. Lol. Warum komme ich nicht so weit? Puh. Okay. Alles gut. Ich bin gut dabei. Ich bin gut dabei. Sehr gut. Bam. 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 Jetzt läuft's. Jawohl. 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 Ey. Ja. Ich muss... Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein. Oh mein Gott. Ich hab dich gehört. Nicht Impulsgranate. Nein. Ich komme einfach nicht rein. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist halt nur mal dieses Ding. Ich weiß nicht, warum ich nicht ankomme. Ah, ja. Ja. Du hast die Impulsgranate. Mach das. Puls. Danke. Danke. Hast du die Impulskanate hinter dir geworfen, oder? Ja, so in der Art. So in der Art. Also, ja, schon so hinter mich auf jeden Fall. Und dann durchgelaufen. Also, wenn du so meinst, ich bin gerannt, kurz vor mir geworfen und dann war es hinter mir. Also, beim Rennen habe ich so ein bisschen vor mich geworfen. Bist du abgesprungen, abgesprungen, ja, ne? Mann, ich komme hier nicht weiter, Jungs und Mädels und alle, die hier so dabei sind. Nee, 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 nee. Das passiert wirklich bei mir nichts. Dieses scheiß Impuls, Ding. Mann, ich bei so einem einfachen Level hängenbleiben. Ari, geht weg. Geht weg, Ari. Hey, Mann. Also, ich will nichts sagen, so, aber... Oh, lol. Ich sterb. Oh, ich sterb da. Oh mein Gott. Ich will ja jetzt nichts sagen, so, ne? Was willst du? Nein, alles gut. Ich pushe mich nicht, oder so. Ja. Weißt du, ich bin Ehrenmann. Oh. Hä? Da ist ja noch mal was. Ich wusste, dass da was ist. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott. Komm, wir haben wir mal verraten, weil wir nicht mehr weiterkommen. Hey. Wie kann ich so dumm sein? Ich weiß doch, dass ich da sterbe. Ich gehe trotzdem rein. Und, Sal, wie weit bist du? Oh, Digga. Scheiße. Ich weiß nicht, welches Level, aber ich bin weiter. Echt, jetzt? Ja, ja. Oh, okay, du bist da. Ich weiß, wo du bist. Okay, alles klar. Aha. Das war... Nein. Was los? Es war ganz knapp. Ah, hier ist schwierig. Das ist ein schwieriges Level hier. Ah. Mann. Ich muss es gewinnen. Ja, ich habe es geschafft. Ja. Nein, nein. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, Digga. Doch, Mann. Scheiße, Digga. Nein. Ah, ich glaube, ich weiß, wie man es ist. Ach, Mann. Er springt nicht ab. Oh, das ist ein schwieriges Level, wo du bist. Ja. Äh, was? Ey, das kann nicht sein, Mann. Ja. Oh, mein Gott. Was? Du hast mich überholt? Oh, mein Gott, Digga. Du hast mich... Ey, du hast mich überholt? Habe ich doch gesagt. Nein. Was? Wie hast du das geschafft? Bruder, ich habe alles perfekt gemacht. Ey, ich schwöre, du hast Hack an. Ich habe nicht gemerkt, dass du mich überholt hast. Wie? Du hast nicht gemerkt? Ich habe es nicht gemerkt. Ja, weil du doof bist. Ich habe es nicht gemerkt, dass du mich überholt hast. Oh, mein Gott, Digga. Wie konnte... Oh, mein Gott. Digga, das Ding ist einfach nur schlecht. Bruder, ich bin gerade... Ich habe gerade so einen Lauf, ne? Level 45? Oh, mein Gott, Leute. Nein. Nein. Laberlich, Digga. Bruder, merkt dich schon mal den Satz? Hast du dir den Satz gemerkt? Hast du dir den Satz gemerkt? Nein, habe ich nicht. Hey, Digga. Willst du mich verarschen? Ich war doch ganz seit vorne, Junge. Oh. 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 Ich habe die Führung so hergegeben. Ich glaube es gerade nicht. Ey, Mann. Ey, Mann. Ich heule gleich, Digga. Ich heule gleich, Digga. Ey. Ja, Digga. Was soll ich hier sagen, Digga? Gigi, thank you for playing the map. Also, jetzt ist es fertig. Jetzt schaff ich es hier. Alles klar. Ja. Digga, was ist denn los? Ich bin so fertig mit der map. Ich bin durch mit der map. Jetzt musst du noch deinen Satz sagen. Ja, ich sage ihn gleich. Du musst noch deinen Satz sagen. Hallo. Ja, ich sage ihn gleich. Ja, sag ihn doch mal. Ja, ich sage ihn gleich. Sag ihn doch mal jetzt. Bruder, ich mache hier ein bisschen Disco hier oben, ja? Was muss ich noch mal sagen? Digga, das ist so behindert, Junge. Standardskill ist der beste im Deathrun. Also, ich muss sagen, Standardskill ist mein Großmeister, mein Papa in Deathruns. Er ist der beste Fortnite-Spieler, den ich kenne und ich liebe ihn. Tschüss, mach noch länger. Das war der Satz, Terville. Nochmal. Standardskill ist der beste. Standardskill ist der beste. Der schönste. Das war, der schönste war nicht abgemacht. Standardskill ist der beste. Deathrun-Spieler. Ja, das ist ein Spieler. Was? Ich verstehe dich nicht. Standardskill ist der beste und schönste Deathrun-Spieler, den ich kenne und er ist mein Meister. Standardskill ist der beste Deathrun-Spieler, den ich kenne. Standardskill ist der beste, mein Meister, musst du noch sagen. Das ist wichtig. Und mein Papa. Standardskill ist der beste Deathrun-Spieler, mein Meister. Mein Papa. Mein Papa. Und er ist einfach mein, er ist der Deathrun-König. Und er ist der Deathrun-König. War's das jetzt bitte? Können wir das Video bitte beenden? Können wir... Digga, das ist so lächerlich, Digga. Oder soll ich dir was sagen? Was? Du hast gecheatet, oder? Was irgendwo gecheatet? Bin ich einfach gestern umgesprungen, bin oben langgelaufen und bin einfach vor die runtergesprungen. Ah! Was? Ich hab dir die Ehre genommen! Was hast du gemacht? Ich hab keine... Du, deswegen hab ich das nicht gemerkt. Ja, weil ich einfach vor die runtergesprungen bin. Ich will einfach oben lang. Digga, du weißt, dass deine Abonnenten nicht haten werden für das, was du grad gemacht hast. Doch. Pracker, Mensch! Das war kein Pracker. Digga, willst du mich verarschen? Das zählt nicht! Warum sagst du mir das danach? Ich hab dir grad gesagt, dass du der Behindertste bist, Digga. Du weißt, dass mich sowas abfuckt, Junge, wenn ich sowas sagen muss. Eben genommen, Leute, check's nicht, Sam. Ah, das war's gewesen. Haut da rein, tut da hin, statt zu ihm. Digga, du bist so lächerlich.